hallo und herzlich willkommen das ist cipherprolex und natürlich heute mal wieder mit einem aktuellen video an betracht dessen dass wir natürlich wieder sehr viele brisante neue informationen haben gilt wie immer spoiler alarm für die leute die noch nicht mit dem aktuellen ereignis vertraut sein sollten empfehle ich das video auf jeden fall zu einem späteren zeitpunkt fortzuführen ihr wurde entsprechend gewarnt und ich muss ja direkt zu anfang sagen wir haben endlich mal so ein moment bekommen wo ich war in einer gewissen weise auch mal highlighten kann jetzt hat er mal so wirklich stellung gezeigt brisanz gezeigt und mal wirklich auch ein bisschen was dahinter nicht nur so ein komisches gefasel was dann mehr glücksmomenten ausartet sondern wirklich mal richtige stärke willenskraft und auch überzeugung das war natürlich für alle anwesenden und auch für alle zuschauer in dem moment ein großer schock moment als buggy sich ganz klar positioniert hat und gesagt hat so und so verhalten sich piraten so verhalten sich piraten nicht wir haben ja auch aufgrund von baggys vergangenheit mit shanks erfahren dass er extrem sauer war er wusste immer dass shanks deutlich stärker ist und er hat ihn auch in gewisser der hinsicht respektierten vertraut das kam noch nie wirklich so krass rüber aber diesmal hat man gemerkt dass er indirekt sogar wollte dass shanks in watchers fußstapfen tritt und er konnte nicht nachvollziehen warum sich shanks zurückhält und deswegen wollte er sich auch nicht anschließen ich meine es gab noch ein paar andere aspekte wie die tatsache dass er eben seine karte verloren hat dass er eine tollsfrucht essen musste shanks hat ihnen schon etwas geschadet kann man sagen aber gut das sind natürlich andere sachen so oder so muss man aber darauf zurückführen dass buggy trotzdem mit ihm befreundet war die trotzdem respektierte und jetzt hat man wirklich mal gesehen dass ihm das einfach nur missfallen hat wie sich shanks verhält so verhält sich nun mal kein pirat und das ganze ist natürlich auch auf korrekte ein bisschen übertragen worden der versucht hat sein utopia zu erschließen also mehr eine militärische nation keine ahnung warum man das dann utopia nennt aber gut das ist natürlich hier korrekt als ziel er will eine art von germa schaffen mit extrem starken leuten muss dafür aber noch deutlich mehr starke leute mobilisieren die ich dann seiner cross kill anschließen und buggy hat aber auch wieder ganz klar gesagt auch natürlich repräsentativ für das was in seiner vergangenheit passiert ist so verhält sich kein pirat warum sind mir los gesegelt warum haben wir überhaupt damit angefangen wir wollen das one piece extrem cooles statement a la monkey die waffi ich meine er war da wirklich nur noch im kopf und wurde relativ gut tot gemobbt so von der krokodile und mioc aber trotzdem hat er stellung bezogen trotzdem hat er eine ansage gemacht natürlich waren mioc und krokodile entsprechend geschockt aber alle anderen die natürlich dann entsprechend zugehört haben wurden dadurch inspiriert und beeinflusst deswegen dieselbe inspirationskraft die waffi auch in irgendeiner weise mit an den tag legt hat baggy nun mal auch und eine sache ist auch klar geworden seit die cross kill gegründet wurde und baggy zum kaiser gemacht wurde oder liebt diesen charakter nun mal deswegen müssen wir sich bei die frage stellen wie stark wird er was kann er erreichen sondern was wird oder mit ihm machen und dementsprechend werde ich natürlich auch heute eine möglichkeit besprechen wie man ihn sogar zu jemand machen kann der stärker ist als waffi in gewisserlei hinsicht baggy ist so ein charakter entweder man liebt ihn oder man hasst ihn ich finde dazwischen gibt es nicht mehr wirklich viel hier einfach nur zu tolerieren oder die tatsache einfach nur im hinterkopf zu behalten dass er nun mal kaiser geworden ist und das oder der gefühl noch einiges mit dem vor hat ist etwas schwierig deswegen ist es immer so eine sache zwischen zwei extrem ich persönlich bin baggy fan muss ich ehrlich sagen und ich finde es interessant was oder mit ihm vorhaben könnte und wie gesagt deswegen werden wir heute was besprechen wie ihr aufgrund seiner wirklich regulären stärke in die position kommt zu können waffi zu besiegen es gab hier und auch mal so ein paar momente die man auch nachwirkend versucht hat da eine richtung zu lenken nach dem motto als er damals auf das eis getreten hat dass ich da in erster linie kein schaden gezeigt hat haben viele natürlich mit rio haki verbunden es ist mehr scherzhaft aber es ist irgendwie eine coole prämisse wenn man im nachhinein das wirklich so kalkulieren kann dass er zu dem zeitpunkt schon rio haki hatte ohne es zu wissen und dann sozusagen den primären teil der zerstörung herbeigeführt hat wäre eine coole sache und er hatte ja auch einen schlagabtausch mit marine fort mit so ziemlich jedem admiral ich meine er wurde von kizaru attackiert er wurde von kusan eingefroren er wurde von akai nur faktisch wieder aufgetaut und hat das ganze relativ gut getragen überlebt er hat sich da kurz mit shanks bemessen was sein ruf verbessert hat er hat sich mit whitebeard angelegt was sein ruf noch mehr verbessert hat er hat ein paar gefangene auf seiner seite gehabt die auch sogar für whitebeard gefährlich waren und darüber hinaus den status des sieben samurai bekommen mit der prämisse dass er damals ein watchers crew war er ist halt nun mal schon eine nummer also selbst wenn man das nur auf diese art sieht ist es schon zu krass also sein ruf ist schon zu weit fortgeschritten als dass man sagen könnte man kann ihn nicht mehr in dieser form wahrnehmen selbst wenn sich herausstellen sollte dass er halt dann persönlich keine stärke besitzt ist halt nun mal die ausstrahlung dieser typ mit sich bringt immer noch sehr präsent und immer noch zu stark deswegen kann man ihn sowieso nicht mehr unterschätzen und das oder diesen witz in anführungsstrichen so lange fortführt hätte natürlich keiner erwarten können wir müssen aber wie gesagt mal heute ergründen was man denn es endlich mit ihm machen kann dass er kaiser geworden ist war ein cooler schritt war also ziemlich der erste schritt aber jetzt mal dieses gespräch zu sehen diese entschlossenheit diese willskraft zu sehen wirklich mal diese vergangenheit damit gepaart zu sehen was baggy eigentlich erreichen will das hat mir einen richtig guten input gegeben ich habe immer gehofft dass da mal so ein moment kommt wirklich mal so ein moment von willskraft von mut wo er sich mal nach vorne stellt und sagt hey wir müssen dass man peace finden und das war genau das wir bekommen haben da bin ich wirklich unglaublich beeindruckt und natürlich hatte ich auch schon mal der vergangenheit die theorie so ein bisschen erschlossen dass es in richtung gehen könnte wenn man sich dem an peace nähert dass teufelsfrüchte nun mal so eine art natürlicher kontrapunkt sind ich habe das ganze auch mit paar anderen aspekte verbunden die ich auch in vielen anderen videos schon aufgeklärt habe zum beispiel halt mit der prämisse dass die göttin des meeres sozusagen damit verantwortlich sein könnte und halt dadurch gesehen sind teufelsfrüchte immer noch was wieder natürlich ist und deswegen kann man sich mit diesen teufelsfrüchten nicht nähern würde erklären warum schenks dann gar kein problem damit hat und würde auch erklären warum blackbeard sich bestimmte und spezifische früchte auch gesucht hat ich meine dass er mit seiner vor wahrscheinlich so alles kontern kann ist eine möglichkeit dass doch krankheiten halt dann direkt wieder umgehen kann ist eine möglichkeit es gibt bei blackbeard zu viele möglichkeiten um das ganze auszukontern heißt blackbeard wäre so ziemlich einer der wenigen die trotzdem seine crew mit teufelsfrüchten ausstatten können sich trotzdem dieser macht bedienen können ohne dass es irgendeinen negativen input hat andere die darauf nicht zurückgreifen können haben halt den längeren weg und eine sache verkenne sehr viele ja haki ist stärker als eine teufelsfrucht aber haki ist auch viel schwieriger zu erlernen und erfordert viel mehr willenskraft viel mehr natürliche begabung und einen viel größeren leidensweg ich meine du ist eine teufelsfrucht du hast sowieso einen vorteil ich weiß es kann manchmal nicht so ganz rüber aber letztendlich ist es klar du wirst sowieso stärker du kannst irgendeine wende im sohn frucht essen und was extrem starke physische bildet ist darüber hinaus eine extreme regenerationsfähigkeit reaktionsfähigkeit und das nur mit einer einfachen sohn frucht sollte es noch eine stärkere frucht sein oder gandilogier frucht bist du selbst auch als einfacher typ sozusagen dann immer peace universe immer noch krass und das ist der unterschied haki ist eine fähigkeit die du dir aneignen musst du erlernen musst und auch wenn das jetzt in letzter zeit zu oft nach außen gedrungen ist eigentlich war das mal ein bisschen eingeschränkt und eigentlich war das noch bestimmte leute beschränkt selbst die tatsache dass korby während marine fortfahren und sagt aktiviert hat war was besonderes jetzt haben wir halt nur noch so viele starke leute um uns deswegen wirkt das ganze nicht mehr ganz so präzise trächtig aber trotzdem muss man hier auf jeden fall stark differenzieren und deswegen ist es auch hier eine interessante gegenüberstellung baggy war halt hier das relativ gute beispiel es könnte auch sein dass irgendwie zum beispiel ein krokus hier dafür gesorgt hat dass baggy krank wird einfach um zu verhindern dass halt shanks und baggy sich dem one piece nähern damit sie ihren eigenen weg beschreiten können ist auch eine legitime möglichkeit würde aber dann shanks werdegang nicht erklären und auch nicht die tatsache dass shanks so viel in die wege geleitet hat nur um die prophezeien zu erfüllen nun war für diese richtung zu bringen ich meine sterben lassen kann viele sehen wie sie wollen ich habe da genug videos dazu gemacht aber er hat definitiv sterben lassen genauso wie ich sterben lassen hat wissentlich dass es passieren musste dass es leider passieren musste würde auch die extreme traurigkeit erklären hatte ich ja auch schon mal erklärt ich mein love tale spezifischer name ich meine dieses gelächter was da vermeintlich ausgebrochen ist ist dann auch durch die ganze nika sache so ein bisschen mehr nach vorne getrunken trotzdem muss man aber sagen als wurden schon mal geschrieben hat und wir müssen die nummer auf uns tagebuch beziehen dass sie vermeintlich in gelächter ausgebrochen sind haben wir aber bildlich gesehen dass sie bitterlich geweint haben das heißt diese tränen würden viel mehr sinn ergeben auch wissentlich natürlich was dann in zukunft noch kommen könnte die tatsache das worte sagt er lebt in der falschen zeit und viele andere aspekte dann dass man sich natürlich in den ist blau aufgemacht hat um es zu finden das hängt natürlich hier mit sehr vielen faktoren zusammen und ich kann war hier auf jeden fall diese prophezeiung mit einkalkulieren bedenken mir immer noch die eine sache schenks hat sich zu den grossel gewandt und gesagt ich möchte über einen piraten reden es ist schwierig es gibt für mich immer noch ganz klar diese möglichkeiten inzwischen ist ein vierter dazu getrunken nämlich david jones tatsächlich der gebrand markte es könnte eben davy sein es könnte baggy sein es könnte blackbit sein es könnte waffi sein der gebrannt markte macht insofern weniger sinn weil die zeit dafür nicht irgendwie passend wäre man hätte dieses gespräch schon im vorhinein führen können hätte es im nachhinein führen können es hätte nichts daran geändert weil die informationen immer noch beschränkt sind und ja selbst wenn der letzte porno glyph sozusagen bei ihm ist macht es trotzdem keinen sinn dann in dem moment darüber zu reden auch vor allem weil das kurz vor der nika prophezeiungserfüllung war es gab nur zwei möglichkeiten die und dem im brisant geworden sind bedenken wir was daraus resultierte der cp0 bus hat sich gegen waffe gestellt okay die prophezeiung kennt die welt aber sowieso schon darüber hinaus ist baggy zum kaiser geworden das könnte halt wirklich in diese richtung gehen ich meine man will über einen piraten reden dann tritt dieser piraten die position dass er sich mit so mächtigen leuten zusammentut und somit kann man den noch mal kurz nach vorne tun und dadurch wird baggy hat auch beschützt shanks wird immer versuchen baggy zu beschützen wir haben jetzt auch gesehen dass sie wirklich gute freunde waren und das ist auch bei marine fortgesehen shanks wird niemals baggy irgendwie im stich lassen oder dafür sorgen dass er geopfert wird und wenn er dafür sorgen kann dass krokodile und mir auch sich in indirekter form für ihn verantwortlich fühlen weil sie nun mal ihren eigenen ruf fahren müssen also einen besseren schutz kann es ja nicht haben auch wenn es dann naja relativ guter leidensweg ist sich mit ihnen auseinanderzusetzen ist es trotzdem natürlich ein extremer vorteil solche leute auf seiner seite zu haben müssen wir ganz klar sagen und das heißt für mich oder hat noch unglaubliches mit diesem charakter vor und die möglichst beste richtung wäre tatsächlich ihn in eine position zu bringen wo er als natürlicher konterpunkt für die syndika frucht fungiert muss nicht unbedingt direkt mit seiner frucht zusammen kann auch mit seiner persönlichkeit zusammenhängen ich hatte in der vergangenheit schon mal das video aufgestellt dass baggy auch in die position kommen könnte dass er eine besondere frucht hat vielleicht sogar eben eine art von glücksfrucht würde auch erklären dass man dieses ganze als glück bezeichnete pech so eine art glück im unglück immer wieder auf baggy zurück führt ich meine allein wenn man darüber nachdenkt wie er diese teures frucht gegessen hat ist das schon genau dieser fall von glück im unglück die tatsache dass shanks aufgetaucht ist dass sie dann dadurch verschluckt hat dann zum teures frucht nutzer wurde könnte man als unglück bezeichnen daraus resultieren aber bestimmte momente wo er zum beispiel sich eine mio gegenüber gestellte und das ganze überlebt hat wiederum glück also es resultiert in irgendeiner form daraus deswegen langfristig gesehen könnte das wirklich eine art von glücksfrucht sein ich meine die trennen trennen frucht ist auch wieder so ein name der so ein bisschen schwieriger ist aber ja es ist halt ein glücklicher fall das heißt diese trennen trenn variante sozusagen könnte nur auf baggy sozusagen ausgerichtet sein und das könnte auch in anderer hinsicht anders interpretiert werden das heißt bei anderen personen anderer nutzenfaktor ähnliches beispiel haben wir auch bei der mero mero nomi von boah hancock wo es immer wieder interpretations sache ist wie die frucht halt ausgelegt wird deswegen könnte das für mich auf jeden fall hier ein treffendes beispiel sein und dieses glück könnte tatsächlich sozusagen als eine art von konterpunkt von gehen ich meine stellt euch mal folgendes vor wir wissen bei waffi wenn er diesen niger modus geht kommen sehr viele cartoon aspekte mit ein und der kampf wird mehr lächerlich als alles andere und wenn ernste unglaublich starke gegner dann versuchen dagegen anzukämpfen fühlen sie sich halt dann in der situation ein die nicht wirklich zu gewinnen ist weil das immer wieder sicherlich gezogen wird das heißt du kommst mit ernsten attacken und durch diesen cartoon aspekt wird es immer wieder sicherlich gezogen wenn du aber sowieso schon von natur aus ein eher lächerliches gemüt in anführungsstrichen hast und sowieso eher eine art von clown bist ist es ja viel einfacher dann zum beispiel dagegen anzutreten somit könnte man ihn halt wirklich eine position bringen wo das genau darauf angespielt dass das heißt jeder potenzielle move von ihm der dann eigentlich nur aus aspekten wie feigheit und naja dem aspekt sich zurückzuziehen resultiert könnte dafür sorgen dass er halt dann auch gewinnen kann weil diese moves dann ähnlich wie zum beispiel bei bestimmten beispielen unvorhersehbar sind waffi hat ja auch um das mantra von edel auszukonter versucht irgendwie so ganz komisch und sich auch teilweise lächerlich in der situation zu bringen wo er seine gedanken im prinzip nicht mehr wirklich nach vorne bringen wo die attacken eigentlich eher wahllos erscheinen buggy ist ein ähnlicher faktor den man nicht wirklich einkalkulieren kann er hat gefühlt immer glück und genau das meine ich damit diese glücksmomente könnten als kontrapunkt fungieren um diese frucht aufzuhalten ich weiß klingt total ironisch aber wenn oder das so schreiben möchte ist es halt absolut möglich und wie ich schon mal erwähnt habe ich glaube nicht dass blackbeard der hauptgegner von waffi wird für mich gibt es zwei möglichkeiten entweder backbeard schafft es wirklich waffi zu besiegen und eignet sich die nigerfrucht an was halt dann waffi in die position bringt dass er sein haki verstärken muss um halt dann gegen richtige gegner anzutreten wir wissen haki ist halt nun mal das ding und die nigerfrucht könnte auch etwas überpowered sein deswegen ist es sowieso schwieriger weil ich nicht genau einschätzen kann wie weit das potenzial erreicht wenn du sowieso auch gegner wie kaido mal kurz niederschlagen kannst ist das halt schon extrem das heißt das potenzial könnte halt so krass maximiert werden dass es block mäßig irgendwie keinen sinn mehr macht dann hätten wir so madara problem es wäre es auch nicht schön im klassischen sinne deswegen ist halt die perfekte möglichkeit entweder halt durch blackbeard als kontrapunkt sozusagen dafür zu sorgen dass waffi diese frucht verliert oder sie verbünden sich am ende dann doch gegen im summer weil für mich ist das so ein generationen ding shanks und blackbeard werden gegeneinander antreten nicht in dieser eins zu eins relation wie wir das bei marina fort gesehen haben sondern mehr als wie oder es auch schon gesagt hat battle royal und dementsprechend ist blackbeard für mich kein waffi gegner wenn aber bagi sozusagen der ausschlaggebende punkt wäre um dann diese niger frucht aufzuhalten macht sie ja dann auch bei einem blackbeard deutlich mehr sinn das heißt bagi könnte dann dagegen vorgehen und könnte dann sozusagen den lika teil der blackbeard besiegen das wäre für mich eine sehr interessante möglichkeit wie dieses bündnis zwischen bagi korby und waffi zum beispiel entstehen könnte und jeder kann dann sozusagen ein teil davon überwinden wir hätten dann logia variante aber ramesia variante so ein variante und dann hätten wir sozusagen diese drei in gegenüberstellung dass dann sozusagen diese drei charaktere gegen die drei macht blackbeard antreten könnten und somit hätte man bei bagi genügend relevanz man hätte ihnen die möglichkeit gegeben ohne ihn künstlich hoch zu pushen sondern sogar noch realistisch gehalten wir können korby nach vorne bringen der sowieso noch eine offene rechner mit blackbeard dann haben wird allein wenn gab jetzt zunächst sterben wird ob wir hätten natürlich waffi den man dann trotzdem als gegner inszenieren könnte ohne dass er halt im individuellen kampf gegen blackbeard antreten muss aber gut was denkt ihr schreibt es in die kommentare würde mich auf jeden fall interessieren ansonsten sind nichts mehr hinzuzufügen im namen der gerechtigkeit in nomine justitia bis dato bis zum nächsten mal